Heute möchte ich mit euch mal über das Thema Pads sprechen und was man damit machen kann. Hauptsächlich denkt man da ja an eine MPC und dass man da Samples drauflegen kann. Das kann man auch machen, das zeige ich euch in einem anderen Video. Ist jetzt von Roland ein bisschen sehr blöd gelöst, finde ich, weil man das global hat. Also wenn ich da Samples drauf habe, sind die nur global einstellbar. Das heißt, ich habe 16 Pads, ein paar Bänke, wie viel weiß ich gerade gar nicht aus dem Kopf. Vielleicht kommt das gleich noch, sonst machen wir das in dem Video. Aber das ist aus meiner Sicht total bescheuert und da gibt es keinen sinnvollen Grund, das so zu machen. Samples und gerade für die Pads gehören auf Performance-Ebene, damit man da einfach pro Performance weiß, was man hat und nicht irgendwie hin und her schalten muss. Und es ist einfach sehr, sehr ungeschickt. Vor allem, weil da der große Samplespeicher drauf ist und für die Tones, wo man eigene Samples verwendet, der kleine Samplespeicher. Also es gibt zwei separate Samplespeicher im Roland Phantom. Das ist beim großen genauso wie beim kleinen. Die tun sich da nichts und das ist einfach nicht glücklich gemacht. Was ich aber heute mit euch machen möchte, ist einfach mal die Pad-Modes durchgehen, was man da machen kann. Und zwar gibt es hier diesen lustigen Knopf, das ist der zweite von oben, der heißt Pad-Mode. Und wenn man da draufklickt, jetzt gehen wir mal zum Bildschirm drüber. Ihr seht ja schon, da hat sich die Farbe geändert. Und ich würde jetzt einfach mal immer hin und her, zwischendurch mal hin und her schwinken. Jetzt seht ihr, was man alles mit den Pads machen kann. Da kann man euch noch ein bisschen mehr mitmachen als nur Samplesanträger. Ich gehe jetzt nur auf ein paar Sachen ein und zwar die, die mir jetzt helfen, den Phantom zu kontrollieren und Sachen einzustellen. Weil die Programmierung finde ich noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich finde die gut, ich finde die auch einfach, aber der Workflow ist für mich noch nicht ganz so drin. Ich weiß von Kollegen, die den oder den großen haben, dass das besser geht. Da muss ich mich noch ein bisschen reinfuchsen. Aber ich fange jetzt einfach mal an. Also ihr könnt hier auswählen, was ihr macht mit dem Sample Pad. Und das Schöne ist, oder mit den Pads, das Schöne ist, ihr seht jetzt hier Sample Pad. Wenn ich auf das erste Sample Pad draufklicke, dann seht ihr auch, dass das rübergechanged ist zum Sample Pad Mode. Man kann hier auf Editieren klicken. Und ja, ist eine gute Frage, was man da machen kann. Dann kann man wahrscheinlich... Okay, das machen wir in einem anderen Video, was man damit machen kann. Das muss ich tatsächlich erst nochmal rausfinden. Kurios, passiert irgendwie gar nichts. Aber egal. Gut, also das Sample Pad ist klar, da kommen dann die Samples drauf. Das Notepad, ich klicke jetzt einfach mal drauf, dass ihr das seht, was man da machen kann. Wenn man jetzt Shift und Pad Mode drückt, dann kommt man in das Menü rein. Denn hier sieht man, dass da zum Beispiel einzelne Noten hinterliegen, die sich jetzt auf ein Schlagzeug beziehen. Also Shift, gehen wir auch nochmal in einem anderen Video drauf ein, ist immer eine gute Hilfe. Beziehungsweise zeigt noch mehr Menüs auf. Jetzt klicken wir nochmal auf den Pad Mode. Dann, das ist das Interessante hier, Partial Switch und Partial Select. Ich gehe jetzt einmal hier rüber. Ihr seht jetzt, dass sich die Farben verändert haben. Und zwar in Rot und in Gelb. Und ich kann jetzt hiermit die Partials steuern. Also mit Rot schalte ich die Partials ein und aus. Ich zeige das gleich nochmal auf dem Bildschirm. Und hiermit wähle ich an, welche ich verändern will. Und wenn ich alle gleichzeitig drücke, kann ich alle vier verändern. Jetzt zeige ich euch das einmal auf dem Bildschirm. Und zwar geben wir jetzt über das Menü, Tone Edit, hier in die Partials rein. Und jetzt mache ich einfach mal die roten aus. Kann ich ausmachen. Jetzt drücke ich den linken gelben. Damit ist nur der aktiviert. Damit kann ich die Partials wunderbar steuern. Das ist total super, wenn man den Sound am Editieren ist. Wenn wir jetzt auf Pad Menü klicken, dann kann man hier die DAW Control einstellen. Da bin ich tatsächlich noch nicht drauf gewesen. Jetzt drücken wir wieder mal Shift und nochmal Pad. Und das scheint nur zu funktionieren, wenn man mit dem PC connected ist. Das bin ich jetzt nicht. Gehen wir wieder auf den Pad Mode. Dann kann man die Zonen muten. Das ist auch eine schöne Sache. Und zwar hat das jetzt wieder eine andere Farbe bekommen. Seht ihr gelb? Ich weiß gar nicht, ob man das vernünftig sieht jetzt hier. Ja, sieht man. Genau. Und damit kann ich die Zonen, die 16 Zonen, muten und entmuten. Wenn ich zum Beispiel was einstellen will. Wenn ich Layer baue oder so und nur einen Sound mehr anhören will, dann kann ich damit einfach muten. Das ist für den Workflow tatsächlich ganz cool. Das gleiche habe ich hier mit Solo. Für die Keyboard Switch Groups, über die wir nochmal sprechen werden, kann man das auch machen. Dann Rhythm Pattern und Pattern, Variation Play und Group Play. Also für den Anfang, für das Bedienen ist wichtig aus meiner Sicht Partial Switch und Partial Select. Und so ein Mute und so ein Solo, weil man damit eben relativ viel machen kann. Und wie man zum Beispiel das Sample Pad belegt, jetzt drücken wir nochmal Shift und den Pad Mode. Hier, das zeige ich euch dann in einem anderen Video. Da seht ihr Wave Edit, da kann man dann ein bisschen was machen. Das kennt man von anderen Geräten, von der DAW, aber da gehen wir in einem anderen Video drauf ein, wenn wir mal Samples in das Gerät laden. Also ihr habt jetzt grob gesehen, was man mit den Pads machen kann, dass man damit einiges bedienen kann. Damit kann man sich das unnötige Gedrücke auf der linken Seite sparen, womit man im Prinzip auch all das machen kann. Oder auf dem Monitor, auf dem Touchscreen. Und genau, soviel dazu erstmal für heute für einen leichten Einstieg. Einstieg.